Willkommen zurück! Und zwar sind wir jetzt zur Zeit in Runde 22 und ja, Ben erzählt euch von seinen grausamen Plänen. Was ist die grausamen? Eigentlich sind die Pläne ganz einfach und zwar nehme ich diese Kapsel, werfe sie unter mich, was nicht geht. Verdammt! Gut, ich muss doch eben meine Pläne canceln. Stand da drauf? Drüberlaufen oder ähm... Nee, draufkommen. Draufkommen, okay. Wer darauf landet, ja. Ja, also wirst du nicht legen? Nee. Ich hätte vielleicht nach hinten geworfen Richtung Stadion, du hättest du vielleicht legen sollen? Ja. Ja, ich war es ein Bowser-Minispiel, gewinne 25 Sterne und ja. Gibst du dann an mich ab? Natürlich. Er freut mich zu sehen, ja, Bowser wieder das Sagen. Einzelspieler Bowser-Minispiel, also unschaffbar. Ganz allein zum Bowser-Minispiel. Scheidest du im Minispiel, knüpfe ich dir Waaane-Pfff. Waaane-Pfff. Äh, das Frustrad, ja, alles sehr wichtig. Slugschwecht. 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 nachgeahmt wenn sie rot werden gibt es feuer jetzt kannst du doch du hast ihn gefunden aber gut ich denke das war relativ einfach schaffbar aber ich hätte mir das echt schlimmer vorgestellt ob du jetzt dafür was kriegst wär ganz cool oder ob es einfach nur wirklich rauskommen ist ich glaube nicht ich glaube es einfach nur dass du es geschafft hast ja ich hab dich besiegt bauzer ich hasse es knallen zu zeigen in diesem fall wirst du es wohl machen müssen er war jetzt trotzdem was also wirklich ja da werden wir nun mal den stadt stand opfern definitiv saug saug mal gucken ob ich diesmal die zentrale hau ja ich ja 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 du hast du immerhin 500 sein seiner 1 an klaus war schon viel von dir jeden fall auch ein blaues fällt und krieg erstmal einen neuen bingst immer noch so im bauzer fällt und von ihrem stand wie angekündigt aber dreimal und ist natürlich auch geile erfreut mich zu sehen hier hat browser wieder das sagen einzelspieler browser mini spiel ich glaube du hast ganz alleine zum browser mini spiel antritt scheiderst du mini spiel knöpfe ich dir die hälfte der münzen ab das ist okay es ist zeit das frustrat sprechen zu lassen und dasselbe wie du torschlüsselpanik ich kenne die torschlusspanik aber drei drei schlüsselsymbole auf diesem einarmigen banditen auf um selbst ein schlüssel zu erhalten und zu gewinnen die walze anhalten okay ach so die rollen immer wieder bis man schlüssel hat ein kleines oder weiter soll ich gar nicht noch sagen studiert die walze und drückt aber wenn der schlüssel vorbeizieht da sich der selbst dreht müsst ihr eventuell raten hast du da was sinnlose wo man raten muss das gefällt mir nicht ich bin eingesperrt hilfe auf wie wir wach 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 Ah, zu spät. Ah, ne doch nicht. Sehr gut. War ja auch machbar. War machbar, ja. Ich dachte, wenn man einmal hinten eine falsche drückt, muss man von vorne wieder anfangen. Boah, das wäre fies gewesen. Richtig. Sind Bowsers zweite Mal verarscht. Das wird nicht gut ausgehen, glaube ich, an das nochmal machen. Ja, aber da müssen wir vielleicht an die anderen dran glauben. Umso besser für uns. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und dann muss ich mal wieder Gnade zeigen. Mussten wir alles nachmachen. Hätts mal aufgeben können, also ehrlich. Mit Fallenherz dabei. Da gebe ich auch alles. Also dann machst du so viele Münzen. Ich muss ja irgendwie noch hinterherkommen. Alle gegen Luigi. Es müsste ja auch noch einen Donutsstern geben. Oh Gott, oh Gott. Am Ende gibt's doch noch extrem viele, oder? Naja. Da wirst du ordentlich kassieren. Du hast, glaube ich, fast alle Spiele hier geholt. So, Hop und X. Ein Spieler dreht die Plattform und versucht so die anderen drei Spieler mit ihren Hüpfstäben durch die Löcher fallen zu lassen. Okay. Luigi, Plattform drehen, okay. Wir einfach nur bewegen uns. Bewegen uns. Und springen halt bei jedem Mal. Also dauerhaft. Und kannst du wo im Uhrzeigersinn wie auch dagegen drehen. Okay. Na dann los. Sollten wir ja wo hinkriegen. Na mal gucken. In Skytropolis. Angst, Angst. In der Tat. Oh, ich bin weg. Boah. Ich hab mich schon mal kurz verabschiedet. Nein. Das sollte ja zu schaffen sein. Das war ein Kantenspiel. Ja. Komm, können wir Luigi auch mal was. Irgendwann ist er ja dritter. So. Also ein 74 Münzen. Ordens Münzen auf jeden Fall ja. Drei Runden. Dann hat er sich nicht ganz blöd angestellt hat, wenn man einen Stand haben kann. Ja. Oh nein. Er hat einen Stand mehr. War das mal eine Runde gewirbelt. Bitte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich glaube das zählt was. Warum kann der beim einmal weiter laufen. Was nein oder? Hat dich beim letzten mal meinen letzten Schritt auf deinen Tornado gesetzt? Anscheinend ja. Weil ich bin ja nicht weiter gelaufen. Okay. Mal wieder Dokkirnungs großer Auftritt. Aber das Interessante war, haben wir viele davon noch zu sehen. So, na gut. Ihr spielt allein. Vielleicht haltet ihr sogar... Äh! Ja, ich Pelzig genannt. Stamm! Das ist so übel. Vor allen Dingen, er gewinnt, wenn er den gewinnt und dann noch die Stamm zu holen. Vier Stamm. Und sticht uns noch in den letzten drei Runden aus. Oh, nee, oder? Rücken mit Lücken. Lücken mit Lücken. Ich wollte es euch kurz vorlesen, aber ja. Die KI war immer wieder schneller. Die kann man links nach rechts entscheiden. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, hier hat man es noch gesehen, aber war ja nicht so. Ach, man muss sich selber noch steuern. Ja. Doch, die Kon rennt einfach durch. Ach nee, doch nicht. Ja, so ein bisschen Takeshi's Castle, oder? Ja, stimmt. Aber hast du da nicht die Möglichkeit, also zurückzugehen. Ha, auf jeden Fall. Da wurdest du gleich mit irgendwelcher Masse eingereben. So ein Takeshi-Kasel-Spiel wär auch was cooles, oder? Doch, ein Glück. Ich bin fertig. Na ja, gut, er kannte die Strecke ja aus dem Dschungel. Ja, gut möglich, ja. Obwohl die K-Teile für... Ich weiß gar nicht, ob es N64 oder Gamecube waren, waren auch ganz cool zu zweit zu spielen. Könnte man auch mal überlegen, ob man das nochmal anspielt. Gingen die in Couch-Koop mäßig? Ja, klar. Okay. Na klar, wenn es Gamecube ist. Ja, nee. Per LTE musste man das spielen. Wer erinnert sich immer auf sein Handy, oder? Das waren schon 40 Münzen, also 33 in dem Fall. Ja. Ja, und Luigi hat auch noch die Chance, dann drauf zu springen. Drei Münzen? Mensch. Daher ist aber keine Gehalte. Hat fast gereicht, um Luigi zu überholen. Das schaffst du jetzt sogar, wenn du auf ein blaues Feld kommst. Ja. Du kannst erst mal was anderes mobsen mit dem Geist. Alter, mich grad wirklich. Aber auch dein Feld kann ich so nicht werfen. Ja, ich stehe auf dem Bowser-Feld. Ach so. Ach, ich will einfach mal das Ding. Über Marios. Dann wissen wir uns auch eigentlich mal, ob das geht. Ja. Super schreibt sie einfach. Aber so ein Stack wäre natürlich auch ganz cool. Ja. So, acht Felder habe ich noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht wäre blau. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht wäre rot. Immer wieder. Stammt nicht, wie gut du zählen kannst. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht wäre blau. Na dann. Blau. Da hab ich das mitgezählt. Fünf habe ich noch. Was denn? Lass mich. Ich kann das. Oh, kaputt. Eins? Ja. Na, sah fast genauso aus. Ja. Ja. Gehen wir natürlich oben lang. Oben gibt es coolere Items. Mhm. Mhm. Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Na gut, im Endeffekt eine Münze verloren. Ja schon, aber schon doof. Nein. Rost. Ah, okay. Eines der wenigen Spiele, die ich mal gewonnen hatte. Ja. Ich denke, wir schauen doch gleich rein. Das kennen wir jetzt schon. Diesmal werde ich die in den Kurven nehmen. Und das erstmal wieder klarkommen. Mit dir und dein Leben? Auf jeden Fall. Oh, hä? Du musst A drücken. Ja, das war gerade wieder mal The Brain. Oh Gott, oh Gott. Ja, gut, das Spiel geht endlich. Das hat einen Rekord. Wollte aber trotzdem extrem schnell in der Herkunft. Ja, ich geb alles. Ja, verdammt. Nein, 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 gehst du weg. Ingover, 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 Ingover. Oh, Mario. Ingover. Ingover. Guter Blocker, guter Blocker. Ingover. Monster Blocker. Wahnsinnser Volljagd, ey. Nein, 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 nein Ok. Triff auf Sternen für Luigi? Ja. Ich kann mit Glück sagen, dass der Stern zu mir kommt. Ja, mach keine Show draus, ey. Ab gehts. Was ist das für ein hessisches Metro? Vielleicht eines der neuen 3567 Pokémon. Das kann schon ein paar Tots sein. Garde Catch im Ohr. Ja, so schön. Das muss für echt ziemlich deprimierend gewesen sein. Kommt nach Hause. Ich habe alle 150. Na, eigentlich gibt es 151. Ich habe alle 151. Ja. Alter, der macht einen Moos. Aber er nimmt es nicht mal an. Das ist abgelenkt. Und geht aufs rote Feld, oder? Ja. Rotes Feld. Ah ne, auf das grüne Gland. Vielleicht der. Meine Sprache lässt es mir da zunehmend in Urteil einfach nach. Ach. So kann man das nicht sagen. Hallo, Uchi. Hallo, Uchi. Hast du jetzt überhaupt darauf geachtet, wo... Wenn Daniel ist? Natürlich nicht. Da. Oh. Einen fällt hinter mir, wenn ich es richtig gesehen habe. Wenn du Fächer hast? Ja. 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 Also jetzt raste ich ja mal richtig aus. Ich muss aber auf dem blauen Feld landen. Ja. Oder auf was coolerem. Ich bin dann so auf dem blauen. Hast du schon? Ja. 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 Dann kommst du gleich aus Mini-Bauser-Feld. Ja. 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 Wir haben noch eine Runde. Ja. Okay. Aber bevor wir das Spiel jetzt noch bestreiten und uns in den Endsport begeben, würde ich sagen... Kurzer Break und dann geht's ab ins Finale. Alles klar. Dann bis nachher. Bis dann! Ja. 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 Vielen Dank.